Es gibt Dinge, die man am besten nur einmal benutzt und solche, für die es sich lohnt, sie fachgerecht zu recyceln und erfolgreich wiederzuverwenden. Vorausgesetzt, sie werden professionell aufbereitet und sensible Daten werden unwiederbringlich gelöscht. Willkommen bei Bechtle Remarketing, Ihrem Zukunftspartner im IT-Lifecycle-Management. Wir stehen für Datensicherheit, Kundenzentrierung und Nachhaltigkeit. Für Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsstandards. Bechtle Remarketing bietet Ihnen hochwertige, wieder aufgearbeitete PC-Lösungen an. Auf Wunsch führen wir eine DGUV3-Prüfung unserer Auslieferware durch. Wir inventarisieren Ihren Bestand, übernehmen den Abbau und die Verpackung und begutachten Ihre Hardware. Sicher, schnell und zuverlässig. Im Wareneingang erhalten Ihre Geräte fortlaufende Asset-IDs. Sie sind die Grundlage für ein zuverlässiges und lückenloses Projekt- und Qualitätsmanagement. Im Löschcenter sorgen wir mit zertifizierten Prozessen dafür, dass alle Daten unwiderruflich entfernt werden. Zertifizierte Datenlöschung nach den höchsten heute verfügbaren Standards. So werden in Wesel und Bocholt auf insgesamt 5.500 Quadratmetern mehrere tausend Altgeräte pro Woche aufbereitet. An mehreren hundert Plätzen können die Geräte mit kundenspezifischer Software betammt und für den Rollout vorbereitet werden. Von der einfachen Betriebssysteminstallation bis hin zum personalisierten Kunden-Image. IT perfekt nach Ihren Anforderungen. Nicht löschbare Festplatten verlassen nicht unser Haus, sondern werden bei uns im nächsten Prozessschritt vernichtet. Bis zur Sicherheitsstufe E7. Kameraüberwacht und sicher und nachweislich recycelt. Nachdem Ihre Lieferung verarbeitet wurde, können Sie die Prozessdaten individuell auswerten und Ihre Dokumente abrufen. Für höchste Transparenz zu jedem Zeitpunkt. Zertifiziert und revisionssicher. Jeder Bechtle Remarketing-Standort verfügt über ein ausgefeiltes Sicherheitskonzept. So werden zum Beispiel alle Gebäude und Räume permanent per Kamera überwacht. Wir vermarkten geprüfte Hardware zu attraktiven Preisen. Das schont Ressourcen und eröffnet Budgets für neue Investitionen. Sicherer Austausch und Versand Ihrer IT. Alt gegen Neu in einem Prozess. Perfekt nach Ihren Anforderungen. Über ein Kundenportal können Sie alle Informationen zu den einzelnen Prozessabschnitten abrufen. Inklusive Fortschrittsanzeige Ihrer Lieferungen. Mit Schnellsuchfunktionen zum Beispiel nach Serien und Inventarnummern. Hersteller und Modellbezeichnungen. Vertrauen Sie uns Ihre gebrauchte Hardware an. Und behalten Sie alle entscheidenden Prozesse im Überblick. Profitieren Sie von attraktiven Konditionen. Willkommen bei Bechtle Remarketing. Ihr Zukunftspartner im IT-Lifecycle-Management.